Zu diesem neuen Video. Ich spiele heute eine Kampagne und alter ist das ein geiler Porsche. Wir spielen Emergency 3. Äh. Ah. Verkehrsunfall mit Pkw. Beteiligung der Personenschaden im Baustellenbereich der Bundesstraße. Bergen und versorgen sie alle verletzten Personen und transportieren sie ab. Ja gut, dann würde ich sagen, Polizei. Erstmal los. Feuerwehr. Direkt mit 3 Meilen los. Und Rettungswagen direkt erstmal los. Ich würde sagen, die Polizei schwert hier. Ah, die fahren erstmal. Hier hin. Oh, wir brauchen 2 Rettungswagen, sehe ich gerade. Ne, ja, ne, einen. Einen brauchen wir. Wir fordern nochmal einen zweiten Streifenwagen an. Das Auto steht gleich im Weg. So befragt auch immer. Ich glaube, der Fahrer ist noch im Auto. Oh. Eingeschlossen. Ich glaube, der Fahrer ist noch im Auto eingeschlossen. Ja gut, dann, hier haben wir ja noch die ganzen anderen Autos. So, sperr du da mal bitte ab. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Oh, das Auto brennt ein bisschen. Sei es erstmal direkt bitte mit. Oh ja, da ist noch eine Person drin. Stell, wenn ich den Pfeiler schon mal habe. Zieh die Person aus ihm. Jetzt. Ich bräuchte hier nochmal einen Notarzt an der Einsatzstelle. Ich stecke hier direkt mal ein, nehme die Person auf. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Fahrzeug eingetroffen. Oh, der Fahrer ist mir nicht... Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Alles klar. So sehr. Und dann so. 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 Dann fordern wir jetzt einmal den Abschlepper an. Du da rein, du hier rein. Nee, du bist da rein. Hier drei. Muss ich nicht mehr haben. Ja, Leute, das war es an der Stelle dann auch mal mit diesem neuen Video. Ja, mit diesem neuen Video. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.